Die Amp-Spedition ist ein inhabergeführter Logistikdienstleister mit über 13.000 Quadratmeter Umschlag und mehr als 65.000 Quadratmeter Lagerfläche. Amp ist Partner des Stückgut-Netzwerkes Cargoline und betreibt am Stammsitz Nürnberg dessen Südhub. Hier ist seit Januar 2018 die Videoüberwachungslösung Cargowiz von DIVIS im Einsatz. Wir haben uns für DIVIS entschieden aufgrund der Referenzen, die die Firma bietet und das Know-how in der Errichtung von großen Videoanlagen in der Spedition und die Packstückberechnung mittels Videoanlage. Die innovative Packstückberechnung trägt den Namen Scale Plus und kann das Volumen einer Sendung anhand eines Fotos berechnen und die Ist-Werte den in der Speditionssoftware abgespeicherten Sollwerten anschaulich gegenüberstellen. Beim Scale Plus ist für uns der Vorteil, dass wir direkt am Bildschirm die Packstücke vermessen können. Wir müssen also nicht mehr direkt auf die Halle gehen und mit einem Maßband nochmal nachmessen, sondern ich kann zu jedem Zeitpunkt über die Videoanlage wirklich das Packstück in der Länge, Breite und Höhe vermessen. Und dies dann auch meinen Kunden als Referenz geben, also sozusagen auch einen Beweis dazu haben. Scale Plus ist eine Plus-Funktion der von DIVIS entwickelten Videoüberwachungslösung Cargowiz. Sie erfasst mit 84 Innen- und 23 Außenkameras das gesamte Betriebsgelände. Durch ein intelligentes Zusammenspiel mit den für Hallenumschlag und Nahverkehr eingesetzten Handscannern wird das rund um die Uhr erstellte Bildmaterial mit Referenzpunkten angereichert, die das spätere Auffinden einzelner Sendungen auf Knopfdruck ermöglichen. Referenzpunkte entstehen bei jedem Barcode-Scan und beinhalten neben Zeitpunkt und Sendungsnummer auch den Standort der jeweiligen Palette. Die Standortinformation basiert auf dem in Cargowiz integrierten Ordnungssystem Location Plus, für das jeder der rund 100 Scanner mit einem Tag ausgestattet wurde. Damit wird jeder Scanner separat geortet und automatisch der Kameragruppe im jeweiligen Hallenabschnitt zugeordnet. Der Vorteil in dem System ist für uns, dass wir Packstück genau unsere Sendungen auf der Halle verfolgen können. Natürlich auch der Zeitgewinn, dadurch dass niemand mehr auf der Halle aktiv nach Packstücken suchen muss, sondern es kann direkt am Bildschirm erfolgen. Und im Außenbereich ist besonders für uns wichtig, das Thema Diebstahl einzudämmen und Vandalismus zu reduzieren. Bei rund 3.500 umgeschlagenen Sendungen pro Tag kommt es immer wieder mal vor, dass einzelne Paletten in den falschen Versandzonen abgestellt werden und dann beim späteren Verladen nicht auffindbar sind. Dank Divis sind die Hallenmitarbeiter nun gänzlich vom Suchen befreit. Wenn beim Verladen eine Palette nicht am vorgesehenen Ort steht, genügt das telefonische Durchgeben der Sendungsnummer an den Kollegen im Büro. Dieser ruft dann mit Cargovis das Bild der Palette am letzten Referenzpunkt auf, erkennt daran den aktuellen Standort und gibt diese Information an den Kollegen weiter. Und wie lief die Einführung? Uns hat besonders gefallen, dass von Start bis zur endgültigen Errichtung der Videoanlage die Firma Divis innerhalb unseres Echtbetriebes sehr, sehr geräuschlos die Anlage errichtet hat. Und gewisse Änderungen, die wir dann noch während der Errichtung hatten, wurden sofort umgesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017